Guten Tag und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und dem Versuch, euch ungebildeten Kretin ein bisschen literarische Freude mit auf den Weg zu geben. Spotify veröffentlicht jedes Jahr eine Spielliste mit den Liedern, die man sich in den vergangenen zwölf Monaten am meisten angehört hat und führt damit zumindest mir in regelmäßigen Abständen meinen desaströsen Musikgeschmack vor Augen. Und ich dachte, es wäre doch eine nette Idee, dieses Konzept auf die von mir gelesenen Bücher anzuwenden. Hinzu kommt, dass ich zu Beginn des letzten Jahres folgende hochambitionierte Liste über meine sozialen Kanäle verbreitet hatte und mich einige Zuschauer baten, doch meine Erfahrungen mit den entsprechenden Werken zu teilen. Doch vorweg habe ich überhaupt erreicht, was ich mir da so großspurig vorgenommen habe. Natürlich nicht. Ich wollte pro Monat ein Buch lesen, aber das hat überhaupt nicht geklappt. Allein für den Nietzsche habe ich aus welchen Gründen auch immer zwölf Wochen gebraucht. Andere Bücher habe ich angefangen und dann verworfen, weil sie es mir nach kurzer Zeit nicht mehr wert erschienen, noch eine weitere Zeile miteinander zu geben. Und schließlich ist auch in meinem Leben die Veränderung eine konstante Begleiterin, weshalb sich Prioritäten immer wieder ein bisschen verschoben haben und dementsprechend auch meine Bücher auswahl. Trotz allem habe ich gelesen, wahrscheinlich so viel wie in den letzten Jahren nicht. Ich habe viel angeschafft, viel angefangen, weniger beendet und bin dennoch auf eine zufriedenstellende Zahl gekommen. Und welche Werke dabei für mich besonders hervorgestochen haben, darum soll es heute gehen. Denn ich möchte nicht nur die Neugierde derer befriedigen, die mich explizit nach meinen Leseerfahrungen gefragt haben, sondern ich hoffe insgesamt, mehr von euch zu den Büchern bringen zu können. Kurzum, ich will, dass ihr lest. Bücher sind wichtig, sind heilsam, sind Begleitung, bieten Trost und Erkenntnis. Sie bereichern ungemein. Also lasst euch ein bisschen inspirieren, um euer eigenes Fortkommen zu sichern. Ich könnte so ein ASMR-Zeug machen. Wusstet ihr, dass es Leute auf YouTube gibt, die ihre Mikrofone ablecken? Ich meine ja nur, ich finde das ein bisschen seltsam. Weil, wieder der übliche Haftungsausschluss vorweg, das hier ist keine Werbeveranstaltung. Also nicht für die Autoren oder die Verlage, auch wenn es manchmal so klingen möge. Ich werde auch zu einigen Büchern ein bisschen mehr sagen als zu anderen. Da gibt es natürlich auch eine Hierarchisierung, je nachdem, wie es mir eben gefallen hat. Nicht wahr? So, und jetzt los geht's. Wir beginnen mit Ernst Jünger. Zu diesen Kriegshelden und Schriftsteller muss ich wohl keine biografischen Details offenbaren. Tatsächlich stand er ganz oben auf meiner utopischen Liste. Allerdings mit dem Roman Heliopolis. Ganz einfach, weil ich futuristische Geschichten aus der Vergangenheit sehr mag. Aber dann gab es zwei große Probleme. Erstens war die Lieferung von Heliopolis derart verspätet, dass sie erst Ende Januar bei mir eintraf. Und das hat mich schon gleich extrem frustriert, weil ich so mein Ziel, ein Buch pro Monat, unmöglich einhalten konnte. Und zweitens gab es da zwei Herren in Sachsen-Anhalt, die in ihrer Literatursendung meinten, dass Heliopolis eigentlich zu vernachlässigen sei. Gut, meinetwegen. Man hat mir dann das abenteuerliche Herz geschenkt mit dem Vermerk, das ist ein guter Einstieg in Jüngers Werk. Und wie man sieht, ganz schmalles Bändchen. 156 Seiten, 1929 veröffentlicht. Wichtig ist wohl, sich die erste Fassung zu besorgen, weil Jünger in den Jahren danach in einer zweiten Fassung das Werk enorm überarbeitet hat. Und nachdem ich es gelesen habe, muss ich wirklich sagen, ich habe noch nie so etwas Merkwürdiges in Händen gehabt. Und das meine ich wirklich im besten Sinne des Wortes, ja. Es ist wirklich des Merkens würdig. Auf mich wirkte dieses Buch bei der ersten Lektüre eklektisch, weil es nämlich aus Fragmenten, Passagen und Tagebucheinträgen besteht, die mitunter Surreal anwuten. Doch je weiter ich vordrang, desto mehr erkannte ich, dass hier die Träume, Gedanken und Erlebnisse eines Mannes offenbart werden, dessen heroisches Ideal ihn nach draußen hinauf und ins Leben treibt. Und ich finde es unglaublich, dass so etwas doch so Außergewöhnliches veröffentlicht wird und seine Leser gefunden hat. Wobei es sich wohl so verhält, dass es entweder ganz zu dir spricht oder gar nicht. Entweder du bist einer der wenigen oder du darfst weitergehen. Und Jünger hat etwas, das ich sehr mag. Und das ist die Gabe, Sätze zu formulieren, bei denen man entweder ausrufen möchte, genau so ist es. Oder, das ist jetzt mein feminines Naturell, man zerfließt, weil sie so schön sind. Ein paar Zitate zur Veranschaulichung, damit ihr wisst, was ich meine. Wozu man da ist, das erfährt man vielleicht nie. Alle sogenannten Ziele können nur Vorwände der Bestimmung sein. Aber dass man da ist, mit Blut, Muskel und Herz, mit Sinnen, Nerven und Gehirn, darauf kommt es an. Immer auf dem Posten zu sein, immer rüsten, immer bereit sein, dem Ruf zu folgen, der uns ergeht. Und es ist gewiss, dass der Ruf nicht ausbleiben wird. Wer Ohren dafür besitzt, der hat es auch erlebt, das hinaus, hinan. Wenn die Hand die letzte Seite gewendet hat und der freiere Schwung einer idealen Landschaft, deren Nachbild sich auf der Netzhaut des inneren Auges kaum verwischte, noch frisch und lebendig ist. Mögen wir niemals so alt werden, dass wir das rechte Lachen verlieren über die Taten derer, die plötzlich als Taugenichtse auf- und davongingen, weil ihnen die Bücher den Kopf verdrehten. Mögen wir im Gegenteil immer bei denen sein, die eines Morgens ausziehen, fest in den Steigbügeln und mitten in die Sonne hinein, mit dem festen Glauben an sich und die Schatzkammern der Welt. Der Mensch wird zwar zogen, aber er bildet sich selbst. So kommt es auch, dass der Reiz des Lernens uns so oft erst aufgeht zu einer Zeit, in der wir fähig sind, unsere eigenen Lehrer zu sein. Aber der Geist geht niemals müßig, denn Geist und Müßiggang schließen sich aus. Und wo Geist ist, da wird nach Nahrung gesucht. Allerdings muss wohl heute immer wieder betont werden, dass das Leiden ein seelischer Zustand von hoher Notwendigkeit ist, ein aristokratischer Zustand, dem von außen gar keine Hilfe gebracht werden kann. Der Held ist es vielmehr selbst, der durch Überwindung und Selbstüberwindung allen anderen hilft, indem er die Idee der Freiheit zum Durchbruch und sich selbst ihr zum Opfer bringt. Und dieser Versuch, dieser glühende Seufzer, ist dem Herzen des Dichters anvertraut. Wie ich bereits sagte, entweder diese Zeilen sprechen zu dir, entweder sie lösen etwas aus oder nicht. Ich habe in jedem Fall einen großen Gefallen an Jüngers Sprache gefunden und diese Zuneigung hat sich noch einmal multipliziert, als ich seinen Roman auf den Marmorklippen begonnen habe. Ich habe ihn noch nicht beendet, weiß aber schon jetzt, dass seine Prosa meinem Sein noch zugänglicher ist. Sehr eingängig, sehr sinnlich. Doch davon berichte ich eventuell, wenn ich über meine liebsten Bücher aus den folgenden zwölf Monaten berichte. Kommen wir zum zweiten Autoren, der ebenfalls auf meiner berühmt-berüchtigten Liste stand. Und das ist Lucius Anaeus Seneca. Ein römischer Philosoph der Stoischen Schule, Erzieher und Berater des späteren Kaisers Nero, dessen Predigen und Agieren mit unterm krassen Widerspruch zueinander standen. Aber das werden wir heute geflissentlich ignorieren, genauso wie dem plakativen Titel dieses Buches. Das große Buch vom glücklichen Leben. Ein Sammelband, der seine Schriften zu Lebensführung und Moral umfasst. Ich muss aber zu meiner Schande gestehen, ich habe nicht alle Texte gelesen, aber diejenigen, die ich gelesen habe, die haben es mir absolut angetan. Was ich an Seneca wirklich liebe, ist seine klare Sprache. Seine Schriften sind rund 2000 Jahre alt und trotzdem absolut verständlich. Und es gibt einen Text, der hat es mir besonders angetan. Und das ist jener, welcher als erstes abgedruckt worden ist. Und es handelt sich um die Schrift mit dem Titel von der göttlichen Vorhersehung. Wenn ihr zu denen gehört, denen das Leben nicht allzu gut mitgespielt hat, dann lest Seneca, lest diesen Text. Denn es gibt ja einige unter uns, die fragen sich, warum ist das Schicksal so gemein zu mir? Was soll das? Seneca sagt, weil du von den Göttern auserwählt bist, zu wahrer Größe zu gelangen und weil wir nur über uns hinauswachsen, wenn wir herausgefordert werden. Dazu einige Zitate. Es erschlafft die Tapferkeit ohne Gegner. Erst dann tritt ihre Größe und ihre Kraft hervor, wenn sie durch geduldiges Beharren ihre Stärke bezeugt. Lass dir gesagt sein. Ebenso müssen sich die Guten verhalten. Sie dürfen das Harte und Schwere nicht scheuen und dürfen sich nicht über das Schicksal beklagen. Was auch kommen mag, sie müssen sich da reinschicken, müssen es zum Guten auslegen. Nicht was, sondern wie man es erträgt. Darauf kommt es an. Der Gladiator sieht es als eine Schmach an, mit einem schwächeren sich zu messen. Er weiß, dass es kein Ruhm ist, den zu besiegen, der ohne Gefahr zu besiegen ist. Ebenso hält es das Schicksal. Es sucht sich die Tapfersten heraus, die ihm gewachsen sind. An manchen geht es verächtlich vorüber. Ein erhabendes Beispiel ist nur möglich als Folge eines bösen Schicksals. Glückskinder zu sein, können sich auch Massen und Alltagsmenschen rühmen. Aber schweres Unheil und Schrecknisse, die über die Menschen hereinbrechen, ihre Schranken zurückzuweisen, das ist das Vorrecht großer Männer. Immer glücklich zu sein und ohne jede Gemütstrübung das Leben zu durchwandern, heißt nur die eine Seite der Natur zu kennen. Du giltst als großer Mann. Aber woher weiß ich das, wenn dir das Schicksal nicht Gelegenheit gibt, deine Tugend zu bewahren? Du bist durchs Leben gegangen, ohne einen Gegner zu haben. Niemand kann wissen, was du vermagst. Nicht einmal du selbst. Denn zur Kenntnis seiner selbst ist Erprobung unerlässlich. Ich muss wirklich sagen, diese Sicht der Dinge hat mich sehr versöhnlich werden lassen mit allem Schlechten, was mir in meinem Leben je zugestoßen ist. Also dieser Text ist wirklich ein Geschenk. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, inwieweit mich Seneca noch bereichern wird. Bis hierhin auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung. Der Name Julius Evola ist mir im letzten Jahr auf magisch fügsame Weise immer wieder begegnet. Und es kam der Zeitpunkt, an dem ich mich der Anziehungskraft dieses Autors nicht länger entziehen konnte. Nicht nur, weil er ein italienischer Baron und Monockelträger gewesen ist, sondern er war einer jener rechten Denker, die das getan haben, was ich als essentiell betrachte. Er rückte die Transzendenz in den Mittelpunkt seines Weltbildes. Ich bestellte also die wichtigsten Werke und begann mit Der Revolte gegen die moderne Welt. Das 1934 veröffentlichte Buch gilt als das Hauptwerk des Philosophen und Kulturkritikers. Im ersten Teil, Die Welt der Tradition, werden Charakteristika der traditionellen Welt herausgearbeitet. Er war der Fakt, dass jede große Kultur auf dem Mythos beruht, von Göttern begründet zu sein und die Spiritualität als Basis hierarchischer Gliederung diente. Im zweiten Abschnitt, Entwicklung und Andlitz der modernen Welt, beschreibt Evola den Verfallsprozess, in welchem wir uns nach wie vor befinden, an konkreten historischen Beispielen. Denn ganz im Sinne von Spenglers Untergang des Abendlandes, Evola hatte das 1918 erschienene Werk ins Italienische übersetzt, regiert auch hier ein zyklisch-morphologisches Geschichtsbild. Das heißt, in jeder aufgehenden Kultur steckt bereits ihr Untergang. Oder wie Spengler schrieb, jede Kultur durchläuft die Altersstufen des einzelnen Menschen. Jeder hat ihre Kindheit, ihre Jugend, ihre Männlichkeit und ihr Kreisentum. Evola geht in diesem Zusammenhang mit den Hindus konform, laut deren Lehren wir uns aktuell im Kali-Yuga befinden, dem letzten und dunkelsten aller Zeitalter. Wie habe ich dieses Buch nun wahrgenommen? Ich muss sagen, obwohl ich Revolte gegen die moderne Welt mit in diese Liste aufgenommen habe, fand ich es sehr anstrengend. Evola weist zumindest in diesem Buch keinen sehr eingängigen, schönen Schreibstil auf. Er beweist ein umfangreiches Wissen, sicher, er geht sowohl in die Breite als auch in die Tiefe, aber es ist sehr viel Information und sehr trocken. Ich musste mich manchmal wirklich durchquälen. Ich hatte auch einige inhaltliche Probleme, also seine Begeisterung für das Kastensystem und seine Auffassung der traditionellen Frau, deren einziger Lebenssinn die Hingabe zu einem anderen Menschen zu sein scheint. Ja, okay, lassen wir einfach mal so stehen. Vielleicht überzeugt mich seine Metaphysik des Sexes doch noch. Wer weiß, trotzdem bin ich sehr dankbar für Evolas Schaffen, weil er auf vortreffliche Weise ausführen konnte, wie sehr das Sakrale, das Transzendente, das Leben unserer Vorfahren durchzogen hat und wie sehr es uns heute fehlt, weil der reine Materialismus unser aller Weltbild infiltrierte. Es ist interessant, seinen Erläuterungen zum lunaren und solaren Typ, dem Niedergang der Kasten und der Herkunft der Hyperborea zu folgen, doch am besten haben mir seine Beschreibungen des modernen Menschen gefallen, weil sie in Inhalt wie Beschreibung so wunderbar rigoros sind. So porträtiert er diesen Typus als Massemensch, der mit dem individualistischen Aufstand jedes Bewusstsein der Überwelt verloren hat. Der Anonyme, unruhig nach dem Rausch Suchende, den die Wissenschaft von der Stimme der Erde, der Meere und der Himmel losriss. Der Schlusszeit hat mir ebenfalls sehr zugesagt, weil er so schön heroisch ist, denn selbstverständlich betrachtet Evola sich als einer der Ausnahmemenschen, die über die modernen Herdentiere erhaben ist und das kommt im Schlussteil auf den folgenden Zeilen wunderbar zum Ausdruck. Am Rande der großen Weltströmungen gibt es noch Menschen, die in den unbeweglichen Landen verankert sind. Es handelt sich in der Regel um Unbekannte, die sich aus den Nichtigkeiten der Berühmtheit und der modernen Zivilisation heraushalten. Sie verteidigen die Gipfellinien und gehören nicht dieser Welt an. Wenn sie auch in der Welt verstreut leben und häufig nichts voneinander wissen, sind sie doch unsichtbar vereint und bilden eine unzerreißbare Kette im Geist der Tradition. Dieser innerste Kern handelt nicht. Er hat nur die Aufgabe, der die Symbolik des ewigen Feuers entspricht. Dank ihm ist die Tradition trotz allem gegenwärtig, brennt die Flamme unsichtbar und etwas verbindet diese Welt mit der Überwelt. Sie sind die Wachenden. Lassen wir doch diesbezüglich die Menschen unserer Zeit mit größerer und kleinerer Selbstgefälligkeit und Zudringlichkeit von Anachronismus und fehlendem Geschichtsbewusstsein reden. Wir wissen ja, dass dies nur Alibis für ihre Niederlage sind. Lassen wir sie doch bei ihren Wahrheiten und achten wir auf eine einzige Sache, dass wir in einer Welt der Ruinen aufrecht stehen bleiben. Das ist alles, was man in einer bestimmten Schicht von Menschen im Hinblick auf die Vollendung der Zeiten sagen kann. Eine Schicht, die selbst wiederum nur eine Minderheit darstellen kann. Auch diesen gefährlichen Weg kann man versuchen. Er ist eine Prüfung und damit er vollständig und entschieden beschritten wird, sagt man nur, die Brücken sind abgebrochen. Es gibt keinen Halt und keine Rückkehr mehr. Es bleibt nur ein Weg, der nach vorwärts. Man muss schon eine heroische Berufung in sich tragen, wenn man dort gegen die Welle stürmt, wo sie am meisten Wirbel zeigt. Wohl wissend, dass nur zwei Schicksale offen bleiben, die beide gleich weit entfernt sind. Dass der Menschen, die mit der Auflösung der modernen Welt enden werden und dass derjenigen, die sich in der zentralen und königlichen Linie des neuen Stroms wiederfinden werden. Welche lesende Sätze? Ich wusste ja bereits, bevor ich mit Ebola begonnen habe, dass ich diesen Autoren ganz durchdringen möchte und darum habe ich mir gleich im Anschluss zur Revolte das nächste Buch geschnappt. Die Menschen inmitten von Ruinen und das hat es mir absolut angetan. Also ich war hin und weg von diesem Buch. Warum, werde ich gleich erklären. Ich musste mich allerdings zuerst durch das 130-seitige Vorwort schlagen, was nichtsdestoweniger überaus aufschlussreich war. H.t.hansen beleuchtet ja neben Evolas Werdegang auch seine Beziehung zum Rassismus, zum Faschismus, zum Antisemitismus. Ich war dann aber auch froh, als ich nach über 100 Seiten mit dem eigentlichen Ebola beginnen konnte. Das 1953 veröffentlichte Buch soll laut seines Autors Grundsätze, Werte und Hauptlinien einer Staatslehre porträtieren und so eine Marschrichtung vorgeben. Seine Hauptbestandteile dieser Lehre bilden hierbei vorrangig Aristokratie, Tradition und Transzendenz. Gleichzeitig warnt er vor den Gefahren von Demokratisierung, Gleichheit, Liberalismus und Individualismus. Ebola beschreibt das Wesen des echten Konservatismus beziehungsweise des revolutionären Konservativen als in seiner Treue nicht an Formen und Institutionen vergangener Zeiten gebunden, sondern an grundlegende Prinzipien. Weiterhin schreibt er haben die entsprechenden Prinzipien einen Wert, der von solcher Zeitbedingtheit nicht berührt wird und auf ewig aktuell ist. Wie aus einem Samen können aus ihnen immer wieder neue Formen hervorsprießen, die aber im Wesen den Alten entsprechen, wodurch bei ihrem möglichen Ersatz sogar auf revolutionäre Weise, trotz der Änderung der geschichtlichen und sozialen wirtschaftlichen und kulturellen Faktoren immer eine Kontinuität gewährt bleibt. Diese Kontinuität zu gewährleisten und dabei an den Prinzipien festzuhalten und auch vielleicht Abschied von allem zu nehmen, was eben aufgegeben werden muss, anstatt sich auf etwas zu versteifen oder in Panik zu geraten und auf konfuse Weise nach neuen Ideen zu suchen, wenn Krisen auftreten und sich die Zeiten ändern, das ist das Wesen des echten Konservatismus. Evola begreift den Zweck eines Staates als anagogisch, sprich emporziehend. Das Ziel jeder gesunden sozialen Ordnung ist die Vervollkommnung des Menschen, dafür ist es wichtig, seinen jeweils eigenen Platz im Leben zu erkennen. Das Buch besitzt im Gegensatz zu Evolas Hauptwerk eine klare, schöne Sprache. Evola kommt zumeist wunderbar auf den Punkt, es ist also sehr viel kurzweiliger und eingängiger zu lesen. Ich selbst sehe mich ja als noch nicht so weit, eine eigene, fundierte Staatstheorie zu vertreten, aber mit Evola kann ich einen ersten Schritt in diese Richtung gehen, denn ich gehe mit seiner Vorstellung der Vervollkommnung des Menschen absolut konform. Ich sage auch immer, jeder Mensch hat eine Gabe und damit hat er auch eine Aufgabe. Wäre schön, in einer Gesellschaft zu leben, in der das ähnlich gesehen wird, aber gut. Summa summarum kann ich Menschen inmitten von Ruinen absolut empfehlen, sollte man als rechtsorientierter Mensch ruhig mal gelesen haben, auch wenn es sicherlich hilft, sein Hauptberg der Revolte gegen die moderne Welt voranzusetzen. Nietzsche Mit Jenseits von Gut und Böse und zur Genealogie der Moral habe ich mich erstmals dem Phänomen Nietzsche angenähert. Wie viele andere unglückliche Seelen hatte ich mich vor Jahren an seinem Opus Magnum versucht, dem Zarathustra und bin auf wunderbare Weise gescheitert, schon nach wenigen Seiten, Deshalb ein leichterer Nietzsche, ein zugänglicher Nietzsche dachte ich, denn ich brauchte wie gesagt vier Monate, um diese Werke durchzuarbeiten. Doch im Anschluss konnte ich endlich verstehen, warum so viele Menschen von diesem Mann fasziniert waren und sind und je mehr ich mich in politische bzw. rechte Theorie einarbeite, desto öfter begegnet mir sein Name. Egal ob Evola oder Spengler oder gar Carl Gustav Jung, Nietzsche hat sie alle beeinflusst. An diesem Denker kommt offenbar niemand vorbei, auch ich nicht und darum schauen wir uns nun das Werk an, mit dem ich meinen Nietzscheanischen Einstieg gefunden habe. Zunächst, jenseits von Gut und Böse, wurde 1886 veröffentlicht. Die Genealogie der Moral folgte ein Jahr später und kann wohl als Erweiterung definiert werden. Damit waren die beiden Bücher direkte Nachfolgewerke des Zarathustra, welcher wohl aufgrund seiner lyrischen Unzugänglichkeit damals nur wenige Käufer fand. In seinen neuesten Veröffentlichungen brachte Nietzsche seine Argumente darum mit mehr Klarheit an den Mann. Beide Bücher beschäftigen sich hauptsächlich mit der Frage, woher unsere Moralvorstellungen eigentlich kommen. Laut Nietzsche ist die Moral zeit- und ortsabhängig. So etwas wie ewige, höhere Werte gibt es nicht. Was es gibt, sind die zwei sich gegenüberstehenden Auffassungen der Herren- und der Sklavenmoral. Die erste geht von der herrschenden Klasse aus, welche das Leben bejaht, ihr selbst glorifiziert, aus sich heraus ein Gesetz formuliert und Werte fördert, die ein Wirken in Glück und Leidenschaft begünstigen. Die Schwachen und Beherrschten begegnen jenen mit Furcht, Neid und Wut und produzieren aus dieser Haltung heraus ihre Sklavenmoral. Das heißt, sie bewerten alles als Böse, was sie mit dieser Klasse in Verbindung setzen, ihre Erfolge, ihre Stärke und so weiter. Sie stellen diesen Eigenschaften wie Großzügigkeit, Herzlichkeit und Mitleid gegenüber, also all jene Qualitäten, die ihnen ihr Leben leichter machen und richten ihr Denken auf das rein Nützliche aus. Nietzsche teilt in seinen Ausführungen großzügig gegen frühere Philosophen und das Christentum aus. Insbesondere das Letztere beschuldigt er, nichts weiter als zahme Herdentiere produziert zu haben. Und es werden weitere essentielle Begriffe der Nietzscheanischen Philosophie definiert, der Wille zur Macht, die Herkunft des schlechten Gewissens, das asketische und aristokratische Ideal. Wie zu Beginn erwähnt, nach meiner ersten tiefer gehenden Begegnung mit Nietzsche konnte ich endlich verstehen, warum so viele Menschen diesen Mann als ihr Vorbild und ihr Lehrer auserkoren haben. Nietzsches Schreiben ist anspruchsvoll und es ist reines Dynamit. Für zarte Seelen ist es sicherlich nicht einfach, seine Worte zu verdauen, aber mich haben sie in meiner jugendlichen Aufmüftigkeit absolut begeistert. Zum einen, weil er die perfekte Beschreibung unserer Zeit liefert, beispielsweise, wenn er schreibt, das sind alles Menschen des Ressentiments, diese physiologisch verunglückten und wurmstichigen, ein ganzes Zittern des Erdreich unterirdischer Rache, unerschöpflich, unersättlichen Ausbrüchen gegen die Glücklichen und ebenso in Maskeraden der Rache, in Vorwänden zur Rache. Wann würden sie eigentlich zu ihrem letzten, feinsten, sublimsten Triumph der Rache kommen? Dann unzweifelhaft, wenn es ihnen gelänge, ihr eigenes Elend, alles Elend überhaupt, den Glücklichen ins Gewissen zu schieben, so dass diese sich eines Tages ihres Glücks zu schämen beginnen und vielleicht untereinander sich sagten, es ist eine Schande, glücklich zu sein, es gibt zu viel Elend. Aber es könnte gar kein größeres und verhängnisvolleres Missverständnis geben, als wenn dergestalt die Glücklichen, die Wohlgeratenen, die Mächtigen an Leib und Seele anfingen, an ihrem Recht auf Glück zu zweifeln. Fort mit dieser verkehrten Welt, fort mit dieser schändlichen Verweichlichung des Gefühls, dass die Kranken nicht die Gesunden krank machen und dies wäre eine solche Verweichlichung, das sollte doch der oberste Gesichtspunkt auf Erden sein. Das Höhere soll sich nicht zum Werkzeug des Niedrigen herabwürdigen, das Pathos der Distanz soll in alle Ewigkeit auch die Aufgaben auseinanderhalten. Jeder Leidende nämlich sucht instinktiv zu seinem Leid eine Ursache, genauer noch einen Täter, noch bestimmt einen für Leid empfänglichen, schuldigen Täter. Irgendjemand muss schuld daran sein, dass ich mich schlecht befinde. Diese Art zu schließen ist allen Krankhaften eigen, und zwar je mehr ihnen die wahre Ursache ihres Sichtschlechtbefindens, die physiologische, verborgen bleibt. Ich leide, daran muss irgendjemand schuld sein. Also denkt jedes krankhafte Schaf. Aber sein Hirt, der asketische Priester, sagt zu ihm, recht zu meinem Schaf, irgendwer muss daran schuld sein. Aber du selbst bist dieser Irgendwer. Du selbst bist daran allein schuld. Du selbst bist an dir allein schuld. Bäm. Eine, wie ich finde, wunderbare Vorausschau des heutigen Opfertums, des Privilegimonierens und Minderheitengezeters. Was mir darüber hinaus gefallen hat, sind seine rigorosen Forderungen, dem zu begegnen, nämlich mit Selbstdisziplinierung, Selbstüberwachung und Selbstüberwindung. Warum sollte man als Mensch, der dieses unwahrscheinliche Geschenk Leben bekommen hat, auch nach Mittelmaß streben? Warum sollte sich nach dem Schwachen ausgerichtet werden? Warum nicht das Starke zum Vorbild nehmen? Nietzsche war selbst ein kranker Mann, aber er ließ sich von seinen gesundheitlichen Problemen in keinster Weise sein Leben diktieren und trieb sich zum Höchsten an. Es ist keine Frage, dieser Mann hat es auch mir angetan und das wird definitiv nicht das letzte Buch von ihm gewesen sein. Zum Schluss solltet ihr ebenfalls Nietzsche-Anfänger sein und ein bisschen Schwierigkeiten haben, sofort zum Kern vorzudringen. Es ist keine Schande, sich mit ein bisschen Sekundärliteratur zu behelfen. Ich kann Nietzsche der Zeitgemäße von, ich glaube, er wird Rocher D ausgesprochen, sehr empfehlen, so als Lektüre, meinetwegen vor und nach seinen Schriften. Es ist auch, es ist ja auch nicht dick, es ist sehr schnell durchgelesen und es hat mir einfach auch nochmal geholfen, Nietzsches Denken in kompakter Form zu begreifen. Das nur als kleiner Zusatz. So, jetzt endlich, nach ich weiß nicht wie vielen Büchern, die erste Frau. Ich lese ja normalerweise nur Frauen, aber 2022 war dahingehend ein überaus maskulin geprägtes Jahr, zumindest was die Schriftstelle angeht. Und eine meiner liebsten weiblichen Entdeckungen letztes Jahr ist die unglaublich tolle Schülerin von Karl Gustav Jung, Marie-Luise von Franz. Sie war eine Schweizer Altphilologin, praktizierende Psychoanalytikerin sowie Dozentin am Jung-Institut in Zürich, die bereits zu Lebzeiten Bekanntheit durch ihre tiefen psychologischen Deutungen von Märchen und alchemistischen Texten erlangte. Einigen von euch müsste sie bereits ein Begriff sein, soweit ihr mein Video zur toxischen Weiblichkeit gesehen habt. Und zu Recherchezwecken für dieses Video habe ich ihr Buch Das Weibliche im Märchen gelesen und ich habe dieses Buch von der ersten Seite an geliebt. Wie man ein Buch eben lieben kann, nicht wahr? Nach Karl Gustav Jung geht es im Leben ja darum zu werden, wer man ist, also um Individuation. Es gilt, eine innere Ganzheit zu erreichen. Für Frauen scheint es eine ganz eigene Herausforderung darzustellen, denn in unserer wandelbaren Zeit ringen wir alle um ein neues Bild unserer Identität. Heute mehr denn je. Was macht eine Frau aus und wonach es gilt es zu streben? Märchen mit ihren archetypischen Bildern bieten hierfür ein psychologisches Orientierungswissen, zumal viele Geschichten weibliche Charaktere aufweisen. Zu diesem Zweck werden in diesem Buch sieben Märchen vorgestellt und interpretiert. Ursprünglich handelte es sich bei den Texten um Vorlesungen am Züricher Institut. Trotzdem sind diese explizit nicht wissenschaftlich gehalten, weil sie den Studenten Einblick geben sollten, wie sehr Märchenmotive und archetypische Bilder mit dem praktischen Leben verbunden sind. Praktisch auch, dass von Franz als selbstständige Psychoanalytikerin entsprechende Fallbeispiele ins Feld führen kann. Und es stimmt, es ist kein systematisches, rein geistiges Werk. Stattdessen wird ein großes, intuitives Vorgehen praktiziert. Marie-Luise von Franz kommt von einem Knoten zum nächsten, bietet eine Weisheitsperle nach der anderen Pfeile. Ich persönlich empfand die Lektüre auch als ungemein anregend. Also ich musste ganz viel unterbrechen und sinnieren und Fäden aufnehmen und weiterspinnen. So zum Beispiel, wenn sie hier an dieser Stelle schreibt, ebenso wie die Männer ihre Clubs haben, um ihre Selbstachtung und ihre Rolle in der Gesellschaft zu stärken, ist es nicht einzusehen, warum Frauen nicht eine entsprechende Möglichkeit haben sollten, indem sie ihre Weiblichkeit in seiner Besonderheit stärken und deren Unterschied von den Männern und ihren andersartigen Notwendigkeiten erkennen können. Man darf nicht vergessen, dass zwischen Mann und Frau nicht nur die große Anziehung wirkt, sondern dass es sich dabei auch um echte Gegensätze handelt, die einander schädigen können. Die Frauen sind bedrohlich, wenn sie die Männer zu viel in ihre weibliche Welt hineinziehen und umgekehrt. Hier ist eine ständige Spannung am Werk, die nicht abnorm ist. Aus dem Anderssein stammt ja eben die Anziehung. Eine wesentliche Quelle des Übels und verkehrter Entwicklungen im Leben vieler Frauen ist das Versagen im Umgang mit und im Überwinden von Gefühlsverletzungen. Denn das Beleidigtsein öffnet den Angriffen des sogenannten Animus Tür und Tor. Über diese Sätze könnte ich jetzt schon wieder stundenlang sinnieren und ins Licht starren. Alles in allem ein wichtiges Buch, ein emotional und geistig bereicherndes Buch und wie ich finde, ein guter Einstieg in das Denken von Marie-Louise von Franz und in die ganze Welt der Märcheninterpretationen. So, wir kommen zu meinem aller, allerersten Kaplaken, den ich auf einer Zugfahrt gelesen habe nach Bonn. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich meinen Bleistift vergessen habe. Ich mache ja normalerweise immer sehr viele Unterstreichungen oder male Ausrufe, Zeichen und Herzen hinein oder irgendwelche Gedanken. Und hier hatte ich keinen mit und deswegen habe ich einfach nur Eselsohne reingemacht. Das ist eigentlich eine Schande, das darf man nicht machen. Wir ignorieren das geflüssentlich und schauen uns den Inhalt an. Den Inhalt und damit eine Sichtweise auf ein Phänomen, dessen rationale Betrachtung in unserer Zeit ganz und gar unmöglich scheint. Urheber ist Armin Mola oder Nepomuk Vogel, Autor des Handbuchs zur konservativen Revolution, Vordenker der Neuen Rechten und Privatsekretär Ernst Jüngers. In seinem hier vorliegenden im Ursprung 1973 erschienenen Traktat begreift er den Faschismus weniger als historische Bewegung, sondern vielmehr als ein Verhalten, einen Stil. Der Faschismus verachtet die Parlamente, er verachtet Demokratie, Liberalismus und Individualismus. Der Fokus liegt auf Militär und Führungspersonen. Helden der Handlung sind nicht die Massen, es sind die Einzelnen. Der Faschist ist ein Ästhet. Sein Stil ist kalt, rapid und funkelnd. Er ist auf den Wettkampf fokussiert und bevorzugt die unmittelbare, spektakuläre Aktion, die, Zitat, direkte, nämlich plötzliche, sichtbare, demonstrative Gewalt, die immer zugleich auch symbolisch wirken soll. Mola bringt eine unaufgeregte Klarheit in die Debatte und zeigt auf, warum Nationalsozialismus und Faschismus nicht synonym verwendet werden können. Und es war unglaublich interessant für mich, mal einen anderen Standpunkt kennenzulernen und eine Analyse zu lesen, die ohne Hysterie auskommt. In einer Zeit, in der von allen alles als faschistisch bezeichnet wird, was nicht gefällt, egal ob links, Mitte oder rechts, war das sehr, sehr angenehm. Also all diejenigen, die sich dem Thema Faschismus mal von einem, ja von einer neuen Seite aus nähern möchten, dem seit Sacker Plaken ans Herz gelegt. Es gibt ja Autoren, die vollbringen es, einen beträchtlichen Teil deines Lebensweges zu begleiten. Für mich gehört natürlich Jackie Rowling dazu, Juli C. und Marisha Peschel. Diese Schriftstellerin ist mir innerhalb meines ersten Jahres in Berlin begegnet, im Zimmer meiner damaligen dunkelschönen Mitbewohnerin. Als ich sehr einsam war, sehr verletzt und voller Unsicherheit. Die alltägliche Physik des Unglücks tauchte diese Zeit in ein sehr viel verträglicheres Licht und seitdem gehören die Bücher dieser Autorin zu meinen festen Repertoire wieder- und wiedergelesener Bücher. In diesem Jahr prominent vertreten war Die amerikanische Nacht. Peschels zweiter Roman handelt von dem Journalisten Scott McGrath, welcher den Hintergründen um den Suizid der Tochter des finster genialen Regisseurs Stanislas Cordova nachgeht. Diese Jagd führt ihn und seine Begleiter an Orte, welche den meisten Menschen verborgen bleiben dürften. Sie landen in einer Nervenheilanstalt, einem geheimen Club, bei einer alternden Filmdiva und schließlich auf dem verlassenen oder nicht ganz so verlassenen Anwesen des Regisseurs. Stück für Stück setzen sie das Puzzle um den Filmemacher und seiner Familie zusammen, einem Filmemacher, dessen Werke die tiefsten seelischen menschlichen Abgründe offenbaren. Ich möchte an dieser Stelle gar nicht so viel verraten. Das Buch ist wunderbar szenisch, also sehr dialogisch. Es ist spannend und es ist insgesamt wirklich gut geschrieben. Die Stimme des Ich-Erzählers ist zynisch, witzig, treffend. Und was ich auch richtig, richtig gerne mag, sind die grafischen Elemente. Also sprich, es gibt Zeitungsartikel, es gibt Vor- und Beiträge, es gibt Aufzeichnungen und ich mag das einfach. Ich mag das, wenn schöpferische Formen miteinander verwoben werden. Also Bilder in Büchern habe ich gar nichts dagegen. Finde ich einfach toll, finde ich kreativ. Ansonsten den Rest müsst ihr erlesen. Ich empfehle es wirklich, es ist einer meiner absoluten Lieblingsromane, auch die anderen Romane dieser Autoren, meine Empfehlung moderner Poser für euch. Sylvia Plaathe oder Plaathe, je nachdem wie Deutsch man jetzt aussprechen möchte, war eine jener historisch tragischen Frauenfiguren, die mich immer irgendwie gereizt hat. Als Jugendliche las ich in einem Buch über große Lyrikerinnen von dieser US-amerikanischen Schriftstellerin, die mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf gehen wollte. Nicht nur, weil wir am selben Tag Geburtstag haben, sondern auch, weil mich nicht mehr losgelassen hat, wie diese junge Mutter von zwei Kindern eines Tages den Gashahn in der Küche aufgedreht hat, um dann ihren Kopf in den Backofen zu stecken. Nun habe ich im vergangenen Jahr ihren einzigen veröffentlichten Roman gelesen, endlich mal gelesen, muss ich dazu sagen. Ja, und was soll ich sagen, es hat sich einfach mal wieder bestätigt, ich liebe weibliche Prosa, ich liebe Frauenliteratur. Viele nehmen diesen Begriff ja als absolute Beleidigung wahr, was ich absolut nicht nachvollziehen kann, denn Frauen haben nun mal einen ganz eigenen Zugang zur Welt und schreiben auf dieser Grundlage, meiner Wahrnehmung nach, tendenziell anders. Ich finde es wichtig, dass Frauen ihre ganz eigene Literatur besitzen, die Männern immer ein Stück verschlossen bleiben wird, weil sie nichts von den Herausforderungen und Lebensrealitäten eines Weibes wissen können. Aber das nur am Rande. Die Glasglocke handelt von Esther Greenwood, die im Sommer 1953 ein Volontariat bei einem New Yorker Modemagazin absolviert und allmählich in eine schwere Depression abrutscht und deren Ende ein Suizidversuch und die abschließende Behandlung in einer psychiatrischen Klinik stehen. Der Roman trägt starke autobiografische Züge und avancierte in den 70ern zu einem Kultbuch. Viele Frauen konnten sich mit der Ambivalenz und Orientierungslosigkeit der Protagonistin angesichts gesellschaftlicher Anforderungen identifizieren, was Sylvia Plath zu einer Ikone der Frauenbewegung machte. Mich hat diese innere Zerrissenheit tatsächlich weniger angesprochen, als ihr Schreibstil und die Bilder, welche ihre Worte zeichneten. Zum Beispiel, als sie am Ende des New Yorker Aufenthalts auf die Sonnenterrasse ihres Hotels steigt und ihre Kleider dem Wind übergibt. Ein kräftiger Wind hob mir das Haar vom Kopf. Unter mir hatte die Stadt ihre Lichter in Schlaf getaucht, die Gebäude waren verdunkelt wie zu einem Begräbnis. Es war meine letzte Nacht. Ich griff nach einem Bündel, das ich mitgebracht hatte und zerrte an einem weißlichen Ende. Ein trägerloser Unterrock mit einem Gummiband, das im Laufe der Zeit seine Elastizität verloren hatte, schlappte mir die Hand. Ich schwenkte ihn wie eine Parlamentsfahne. Einmal, zweimal, der Wind griff nach ihm und ich ließ los. Eine weiße Flocke schwebte hinaus in die Nacht und begann langsam zu sinken. Ich fragte mich, auf welcher Straße auf welchem Dach sie zur Ruhe kommen würde. Ich zerrte wieder an dem Bündel. Der Wind gab sich Mühe, aber er schaffte es nicht und ein Fledermaus-Schatten landete auf dem Dachgarten des Penthouse gegenüber. Stück für Stück verfütterte ich meine Garderobe an den Nachtwind und wie die Asche eines geliebten Menschen wurde sie in einem Gestöber grauer Fetzen davongetragen, die sich hier und dort, wo genau würde ich nie erfahren, im dunklen Herzen von New York niederließen. Was mir auch sehr gefallen hat, war die Beschreibung, wie Esther die Beerdigung ihrer ehemaligen Mitschülerin Joanne Gilling besucht und sich plötzlich ganz im Einklang mit ihrem Selbst befindet. Dann sah ich hinter dem Sarg und dem Blumen und dem Gesicht des Geistlichen und den Gesichtern der Trauernden die welligen Rasenflächen unseres Friedhofs, knietief unter Schnee versunken, aus dem die Grabsteine wie Kamine ohne Rauch aufragten. Irgendwo dort war ein schwarzes, zwei Meter tiefes Loch in den harten Boden gehackt worden. Jener Schatten würde sich mit diesem Schatten verbinden und die eigentümlich gelbe Erde unserer Gegend würde die Wunde in all dem Weiß verschließen und der nächste Schnee würde auch die Spuren von Neuherd an Joanns Grab auslöschen. Ich holte tief Luft und lauschte dem Prahlen meines Herzens. Ich bin, ich bin, ich bin. Einen guten Roman erkenne ich daran, dass er mich durch meine Tage trägt. Er färbt meinen Alltag in seinem Licht, verändert Blick und Gefühl in seinem Sinne. Das vollbringen nicht viele Autoren, doch Sylvia Plath hat es geschafft und dafür bin ich ihr überaus dankbar. Auch wenn der Geschichte ein gewisser klassischer Spannungspunkt fehlt, ich verzeihe und empfehle von Herzen. Ich erinnere mich, dass ich während meiner allerersten Schnellroder- Akademie einen gewissen Herrn K. gefragt habe, ob er irgendwelche Buchempfehlungen zur politischen Bildung für mich berat hätte. Und er hat mir dann am Ende dieses Wochenendes mit einem überaus strengen Blick die fünfbändige Ausgabe des staatspolitischen Handbuchs herausgegeben von Karl-Heinz Weißmann und Erik Lehnerd in die Hand gedrückt. Ich habe es natürlich mitgehen lassen, selbstverständlich bezahlt und konzentriert habe ich mich dann 2022 auf den ersten Band die Leitbegriffe. In diesem Buch werden rund 100 von ihnen aus rechtskonservativer Sicht definiert, beispielsweise Aristokratie, Dekadenz oder Moderne. Ich bin ja während meiner Teenager-Jahre in einem Fernseh- und internetfreien Haushalt groß geworden, was mich dazu gebracht hat, irgendwann die Brockhausbände meines Vaters rauf und runter zu lesen und dementsprechend habe ich so oder so eine Vorliebe für derlei Nachschlagewerke und dieses ist besonders schön gemacht. Erst einmal ist es natürlich interessant und gut geschrieben und was mir besonders gut gefällt, sind die grau unterlegten Zitate. Zitate sind immer gut und was mir auch gut gefällt, sind die Literaturempfehlungen, die am Ende jedes Artikels aufgelistet sind, sodass man gleich Inspirationen für neuen Lesestoff bekommt. Ich muss, glaube ich, echt mal Johann Jakob-Bachhofen lesen. Ich persönlich hatte mit dieser Ausgabe immer wieder Aha-Erlebnisse, was man beispielsweise an meiner Entlehnung des Wortes Opfer in meinem letzten Video mitbekommen haben dürfte. Ich mochte aber beispielsweise auch richtig gerne, was unter dem Leitbegriff der Ordnung geschrieben stand. Ganz kurzes Zitat nur. Die Schaffung einer Ordnung ist dabei stets Aufgabe der Weisheit, Thomas von Aquin, und setzt Intelligenz und Erfahrung voraus, mindestens die Erfahrung, dass das Leben im Chaos der Unordnung unmöglich ist. Ich glaube, ich schicke mal eine Ausgabe in die Riga-Straße. Schlussendlich, Theorie beginnt stets mit den Definitionen, Wissen ist Macht und dieser Band scheint mir wie ein guter Einstieg in die geistige Mündigkeit. So, das letzte Buch und dann haben wir es geschafft. Kennt ihr das, wenn ihr einen Text lest und es ist so, als ob euch jemand einen auf dem Meeresgrund verborgenen Schatz in die Hände drückt? Es ist eine sehr romantische Beschreibung für ein Buch, in dessen Titel oder Untertitel der Begriff Selbstmord vorkommt, aber sei es drum. Denn die liberale Gesellschaft und ihr Ende hat genau das geschafft. Ein anderer Leser hatte in seiner Rezension treffend kommentiert, ich muss es kurz ablesen, das große Warum, das bei Selbstdenkern schmerzhaft im Kopf herumkreist, wird zum Verstummen gebracht, dem kann ich mich nur anschließen. In seinem vierten Buch analysiert Manfred Kleiner Hartlage, woran genau die liberal-demokratischen Gesellschaften kranken und berücksichtigt dabei die verschiedenen Strömungen des Zeitgeistes, wie die Political Correctness, den Dekonstruktivismus, die Ideologisierung der Wissenschaft und die Auflösung nationaler Souveränität durch supranationale Organisationen und erklärt auf diesem Weg einige Fragen. Was ist eigentlich das Problem mit dem Ideal der Aufklärung und der Befreiung des Menschen? Welche Fallstricke hält die Orientierung an einer Utopie bereit? Was haben Liberalismus und Marxismus gemein? Welche Rolle spielt der Konservatismus? Gibt es ihn als solchen überhaupt noch? Inwieweit wurden die Kategorien wahr-unwahr durch die Kategorien gut-böse ersetzt? Und viele weitere Problemstellungen mehr. Auch dieser Autor kommt ohne Umschweife wunderbar zum Punkt. Und es gibt ein Unterkapitel, das ist das Unterkapitel Nummer zwölf, Transzendenz und Sinn, im ersten Teil, das mir besonders gut gefallen hat. Und deswegen zitiere ich kurz daraus. Der tiefste Widerspruch menschlicher Existenz liegt darin, dass der Mensch einerseits Teil der Natur und damit insbesondere dem Tod unterworfen ist, sich aber andererseits als denkendes Wesen über die bloße Natur ideell erheben kann. Er ist in der Lage, ja er kommt gar nicht darum herum, sich selbst in Beziehung zu Größerem zu sehen, zur Menschheit, zum Planeten, zum Universum. Er sieht sich als Teil der Welt und in Bezug zu ihr ist er ein Nichts. Er ist sterblich, die Welt ist es nicht. Als Angehöriger eines Volkes ist er einer von Millionen, als Angehöriger der Menschheit einer von Milliarden, als Bewohner einer Stadt oder eines Landstrichs bewohnt er ein unbedeutendes Stück eines riesigen Planeten, als Bewohner des Planeten ein Staubkörnchen im Weltall. Seine Lebenszeit ist, gemessen am Universum, so absurd kurz wie für ihn selbst die einer Eintagsfliege. Kurzum, niemand entgeht der Frage, welchen Sinn sein eigenes Leben habe. In traditionellen Kulturen wird die Frage bereits beantwortet, bevor sie gestellt werden kann, weil der Mensch sich eingebettet sieht in einem sozialen Zusammenhang, eine Geschlechterfolge, einen Bezug zu Gott. Der Mensch ist in solchen Kulturen nie nur er selbst. Er steht zugleich in einem Bezug zu einem größeren Ganzen, das sein eigenes Ich transzendiert und von dem her dieses Ich seine Würde, dieses Leben seinen Sinn erhält. Erst diese Dimension des Transzendenten hebt die Nichtigkeit des Menschen auf und dieses Transzendente ist etwas, als Selbstverständlichkeit vorgefunden ist. Das ähnlich wie der damit verbundenen Ethik keine Begründung bedarf. Vom atheistischen und individualistischen Standpunkt der Aufklärung und das heißt vom Standpunkt der liberalen Moderne lautet die nächstliegende Antwort auf die Frage, welchen Sinn des Lebens hat, überhaupt kein. Das meine ich mit dem Goldschatz, den der Autor dir in die Hand drückt, der im Verborgenen lag. Mir war das gar nicht so bewusst, wie Transzendenz und Spiritualität in der Frage nach dem Sinn des eigenen Lebens eine Rolle spielt. Aber klar, ich bin Teil der Schöpfung, selbstverständlich hat mein Leben einen Sinn. So und von diesen Momenten gab es zumindest bei mir sehr viele während des Lesens. Also wer wirklich mal in eine intelligente Analyse eintauchen möchte, wer wirklich mal ein paar Antworten auf die Frage haben will, warum hier eigentlich alles so gegen die Wand gefahren wird, dem sei dieses Buch herzlich empfohlen. Damit hätten wir es vollbracht. Wie ihr mitbekommen habt, habe ich im vergangenen Jahr ja in erster Linie Autoren entdeckt und eher in zweiter Linie Bücher. Ich hatte ursprünglich auch vor, noch ein paar mehr Werke mit einzubeziehen, aber das ist dann einfach zu viel geworden. Deswegen, ich packe noch ein paar in die Videobeschreibungen für diejenigen, die noch nicht genug bekommen haben. Ich hoffe in jedem Fall, euch ein bisschen inspiriert zu haben. Meine letzte Empfehlung ist einfach nur, lest Bücher, Leute. Mindestens zehn Seiten am Tag. Schafft euch ein breites Wissen an zu Psychologie, Philosophie, Politik, Geschichte, aber lest auch bitte mal den einen oder anderen Roman. Lasst euch mitreißen von wunderbarer Poser. Wie Ernst Jünger schrieb, der Mensch wird erzogen, aber er bildet sich selbst. Das möge das letzte Wort in diesem Video sein. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, passt auf euch auf. Gehabt euch wohl. Ciao. Grüner wird's nicht, besser wird's nicht. Besser wird die Aufnahme nicht. So, und warum habe ich mir eigentlich eine Kette drum gemacht? Man sieht sie sowieso nicht. Es sind nur 26 Seiten, im Gegensatz zum letzten Mal, als es irgendwie fast 90 waren. Das ist alles sehr schnell zu machen. Es wird keine Straßenbahn. Ja. Kretins. Kretens. 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 Ohne S. Euch ungebildeten Kretens. Kretens. Ich wusste doch, dass es S nicht mitspielt. Gut, nochmal. Das wäre ja sonst voll peinlich gewesen. Ich wollte pro Monat ein Buch lesen und das hat überhaupt nicht geglappt. Geklappt. So, und wir beginnen mit dem Roman Ernst Jünger. Ich bin eine absolute Traumfrau. Ich nehme es nämlich jünger vor. Ich muss auch sagen, ich bevorzuge ja Taschenbücher. Eben aus dem Grund, weil wenn die ein bisschen abgegriffener aussehen, was Bücher bei mir sehr schnell tun, ist das weniger schlimm, finde ich. Ich hab's mitge... Ich hab's dann natürlich mitge... Du fängst jetzt um fucking 16.11 Uhr an mit... ... des rundverborgenen Schatz in die Hände drückt. Leute, ich bin hier seit fast... Ich bin hier seit sechs Stunden am drehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich bin hier seit sechs Stunden am drehen. Ich weiß nicht, das ist so seltsam, ja. Ich dachte, sie auch dieses Skript. Ich dachte, oh, das schreibe ich in einer Woche. Aber es hat so lange gedauert, diesen Scheiß aufzuschreiben. Überhaupt erst mal alles zusammenzusuchen. Und das hier und der Dreh, die dauert eben jetzt auch wieder so lange. Wieso dauert das so lange? Niemand weiß es. Es gibt Menschen, die sollen sehr gut aussehen. Werden sie aus Flaschen trinken. Ich gehöre nicht dazu. Ich gehöre nicht dazu. Vielleicht schauen Sie zu verlassen. Oh, war's? wars? Danke, danke. Vielen Dank.